Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, das freut mich doch ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken, was das Zeug hält. So, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem neuen Update beschäftigt, mit dem Gefängnisbau etc. pp. Heute, da wollen wir uns wieder damit beschäftigen, womit wir uns die ganze Zeit nämlich gerade beschäftigt haben, nämlich mit dem Thema Aluminium. Ähm, da sind wir ja noch nicht so weit gekommen. Ich hab übrigens hier, äh, Offscreen noch ein bisschen was gemacht und ein bisschen nur Optik, wohlgemerkt nur Optik. Ähm, nichts Dramatisches. Das hier läuft alles einwandfrei, das ist in Ordnung, damit können wir wunderbar arbeiten. Das hier ist kein Problem. Das läuft auch hier, okay, wir können natürlich noch mehr Leute ranholen, das ist klar. Ähm, bei Gelegenheit machen wir das auch. So, Problem, Problemlösung. Erstens, wir haben's Nacht. Zweitens, ich hasse es, wenn's Nacht ist. Äh, Problem ist, wir kriegen hier einfach noch keine Arbeit daran. Ähm, da wollen wir dran arbeiten. Außerdem meckert der natürlich über, ähm, fehlende, ähm, Straßenanschluss. Ähm, das müssen wir jetzt gleich mal machen. Guck mal, ist auch geil, ne? Da hat er, hat er alles hier vorne. Und dann hast du wieder so ein Stuckelwuckel. So, okay, machen wir das. Also, erstmal sorgen wir mal für einen 1A Straßenanschluss. Das ist wichtig. Jetzt überlegen wir mal, wie wir das machen. Der hier müsste eigentlich auch nochmal angeschlossen werden dann. Da können wir jetzt nochmal zusätzlich, äh, was abliefern. Müssen wir mal sehen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, wie wir das machen. Das ist doch die Aluminiumfabrik hier, ne? Genau, das ist Aluminium. Das müssen wir irgendwo noch lagern. Fällt mir gerade mal so auf. Das wäre schon ganz gut. Hehe. Äh, wenn wir das noch lagern würden. Jetzt überlege ich, ob wir das nach hier aus rausgehen lassen. Per Straße. Weil die wollen ja unbedingt einen Straßenanschluss. Mein Gott. Es gibt für dich nichts Wichtigeres als einen Straßenanschluss. Ist unglaublich, ne? Bloß einen Straßenanschluss, ey. Gib mir bloß den Straßenanschluss. So, okay. Zack. 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 Ne? Können wir das auch in schön machen? Ne. In schön geht es anscheinend nicht. Schade. Ah, das sieht ja auch voll assi aus. Ganz ehrlich, ey. Das ist doch scheiße. Ah, warte mal. Wir können hier was machen. Können hier mal hochgehen. Und den damit anschließen. Und den damit anschließen. So, dann haben wir das. Wenn wir hier noch eine Station hinbauen, dann könnten die hier rüber laufen. Ähm. Und sich dementsprechend bewegen. Und sich dementsprechend bewegen. Wenn denn das jetzt hier höher wäre. Was es natürlich gerade nicht ist. War ja klar. Ich habe nix anderes erwartet. Aber warum das hier so doof aussieht. Hm. Warte mal. Ganz ehrlich. Das sieht mir ehrlich gesagt eine Nummer zu doof aus. Das kann ich so nicht akzeptieren. Dann machen wir es einfach mal so. So, zack. Bumm. Unterirdisch. Ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Also, ihr wisst es ja. Ne? Da brauche ich ja nix zu sagen. So. Den haben wir auch. Jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir das jetzt nochmal ein bisschen entrumpelt kriegen. Das hier ist ja ja straight rübergegangen. Ähm. Another, another, another. Ein Konstruktionsgefängnis. Haben wir immer nur noch eins. Äh. Wo bist du denn? Förder und Pipeline. Da ist mein Special. Düt, düt. Ja. Wenn wir jetzt so rüber gehen, dann sieht das deutlich besser aus. Entspannter. Dann können wir nämlich auch hier jetzt mit unserer Fußgängergeschichte durch. Hier ohne Probleme. So, ein schön. Perfekt. Perfekto. So, was ist hier eigentlich los? Warum sieht denn das so doof aus? Geht ja gar nicht. So, was ist das hier? So. Den so. Dich machen wir mal so. Und dich machen wir auch mal so. Und dann kommst du so. Passt. Ah, nicht ganz symmetrisch. Das gefällt mir nicht. Wenn, dann wollen wir es doch schon möglichst im Metrasch haben, ne? Oh, du, ja. So. Aber nicht in schön. Na, dann machen wir es so. Warum kann er da nicht anschließen? Ach, egal. Komm. Machen wir es so. Zack, bam, bam, bam. Der passt auch. Der passt auch. Das ist okay. Hier drüben. Machen wir es mal so. So. Hm. Hier die Geschichte. Dieses Werk braucht er ja auch. Und obwohl, der hat er ja dann da. Das ist okay. Okay. Hier wird es nicht gehen. Oder doch? Doch. Geil. Wir haben heute Glück. Wir haben heute echt Glück. So. Das ist auch angeschlossen. Das ist auch. Das läuft. Perfekt. Gut. Das ist einmal schon mal verkabelt, sozusagen. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier noch irgendwie, äh, quasi, die Leute herkriegen. Wie viel brauchen wir hier? 120. 370. Da brauchen wir mehr. Hier brauchen wir auch noch. Also, wir brauchen viel. Das heißt, entweder machen wir eine hohe Taktfrequenz von vielen, vielen, äh, Trams. Wobei hier nicht so viel ist, ne? Oh. Eine gemeldete Straftat, die nicht kontrolliert wurde. Okay. Das, wie gesagt, das ist neu. Das heißt, auch hier brauchen wir Feuerwehr. Komm mal nicht drumherum. Und jetzt überlege ich, ob wir einen großen Zug nehmen. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall irgendwie mal eine Haltestelle. Dass wir das Ende nicht mal in Gang kriegen. Dass wir vielleicht dann auch nochmal, warte mal, ich mach mal ganz kurz das weg, Leute. Dass wir hier vorne das Ganze eventuell auch nochmal versorgen. Ähm. Durch eine extra Haltestelle. Die dann da abbiegt oder was weiß ich nicht was. Von hier aus nochmal gesehen. Dass wir dann nochmal was ran bekommen. Das sieht schon geil aus, ne? Das hier hat schon was. Sieht schon toll aus. So. Äh. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen auf jeden Fall hier eine Haltestelle. Äh. Plattform. Ich guck mal. Wir könnten ja auch mal wirklich mal so Zeppelin oder sowas. Das hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Zeppelin. Downtown Bus Stop. Das ist nett. Tarmac Gate. Tarmac Gate. Zusätzlich nochmal eine Bus. Geschichte hier ranbringen. Können wir auch machen. Dass wir sagen, okay. Wir packen hier nochmal eine Bushaltestelle hin. Zusätzlich. Ich meine, es bietet sich an, ne? Hier was reinzubauen. Irgendwie scheine ich... Ja, komm. Wenn wir da mehrere Bussen... Komm, wir machen das einfach mal. Zugplattform für 6000 Leute. 4000 Leute. Dann haben wir wieder so einen Vierer. Da passt ihr nicht hin. Das ist zu groß. Leider. Wir brauchen etwas... Geschmeidigeres. Was gleichzeitig aber auch das abdeckt. Und am besten hier irgendwie zwischenpasst. Das ist schon ein bisschen arg eng. Ne? Das ist schon nicht so ganz ohne. Ähm. Irgendetwas kleines. Zu groß. Definitiv. 10.000. Na komm. Wir brauchen 10.000 Leute Plattformen. Why not? Äh. Zu groß. Ja. Damit könnte ich schon eher arbeiten. Aber das Problem ist, ich muss ja auch damit rankommen, ne? Das ist schon wieder zu weit hier. Und ich das hier so hinkriegen würde, wäre toll. Aber es ist hart. Es ist echt hart an der Grenze. Den kriege ich doch niemals da rum. Und ich müsste... Und ich müsste... Um das vernünftig... Also entweder... Ne? Optimalerweise wäre es irgendwie, wenn wir hier reinfahren könnten. Dann müsste ich da irgendwie mich durchzwängeln. Dann könnte ich den auf gar keinen Fall mehr nutzen. Das ist auch wieder problematisch. Ja, es ist... Machen wir noch irgendwas Kleineres. 310. Das ist natürlich ein Witz, ne? Volokta ist zu groß. Railstation ist zu groß. Man hat nix. CBS. Ja, Metro. Ja, super. Nutzt uns aber nix. Ja, übertreib mal ein bisschen. Holding Station ist alles... Wir haben so viele tolle Sachen. Pisky Station. So, Einser. Zula Station mit einer Zwoa. Hat Kapazität von tausend. Boah, das ist echt... Meine, dieses... Kleine Ding, da kann ich ja nochmal wegreißen, aber... Ja, oder ich muss halt wirklich von hier aus ran. Mal hier eine große Station ranbauen und dann hier so rüberziehen. Das müsste gehen. Dann können wir die hier eventuell... Ja, komm, das machen wir. Wir bauen nicht dazwischen. Das ist mir sonst zu heavy. Das ist okay. Viel zu groß. Short. Echt schwierig. Manchmal ist es echt schwierig, passende zu finden. So, hier, wir nehmen die hier, oder? Ne, warte mal, die hat mir nicht so gut gefallen. Bahnsteig klein. Wir hatten doch jetzt hier eine gehabt am Anfang. Die hier. Die ist okay. So, industrie-technisch, denke ich mal, passt das auch ganz gut hier hin. Vielleicht aber... Dann sollten wir die drehen. Kommt von da, das ist brutal, ey. Ganz ehrlich, das ist brutal. Gut, wir können aber hier aussteigen, denn der Weg müsste gehen, um das hier abzudecken. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Nur das hier wird nicht abgedeckt. Alter Falter, ey. Das wird wirklich brutal. So, machen wir es mal so. Wie lange ist denn das Teil? Nicht so lang, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir können hier noch... Na, nicht andocken. Ruhig noch ein bisschen hingehen. Das sollte kein Thema sein. So, warte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kommen wir nicht rüber. Er ist so. Warum kommen wir da nicht rüber? Ist das zu nah dran? Okay. Eins, zwei, drei. Doch. So, okay. Ja. Okay, jetzt stört natürlich das Signal ein bisschen. Ja, kann ich verstehen. Und die Weiche wahrscheinlich an sich, ne? Wenn ich die Weiche noch ein bisschen nach hinten versetze, müsste es auch noch gehen, oder? Oder nach vorne ein Stückchen. Komm. Wir nehmen das weg. Aha. Okay, pass auf. Erstmal bis dahin. Dann nehmen wir uns den vor. Eins, zwei, drei. Ziehen den bis hier ran. In der Hoffnung, dass es gerade ist, ist es natürlich nicht. War klar. Was man hier nicht alles tut, ey. Um seine Bürger zu... Wann mal. Okay. Eins, zwei, drei. Wie seht ihr jetzt? Ich mach's immer mit Dreierschritten. Finde ich persönlich besser. So. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch ohne Problem hier rüberkommen. Ja, tun wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Dass das auch gerade ist. Ja. Na. Ja, ein bisschen zu kurz. Und da jetzt rüber zu kommen, ist brutal. Aber wir können jetzt runter. Eins, zwei, drei. Runter. Dumm, Lidl, Dai. Ne? Ihr seht, das ist immer irgendwie so ein bisschen leicht versetzt. Es passt nie so hundertprozentig. Na, immer so ein kleines bisschen. Ihr seht es. Okay. Eins, zwei, drei. Runter. Ah, da gleicht es sich wieder an. Das ist okay. Jetzt müssen wir, gehen wir wieder mit der normalen Schiene lang. Dann wird es natürlich das hier ein Problem geben. War klar. Da brauchen wir gar nicht großartig überlegen. Das sehe ich jetzt schon. Ähm. Ähm. Was? Überschneidung mit vorhandener Konstruktion. Wollt ihr mich verscheißern? Hallo. Was zum... Können wir jetzt andocken? Ja, also geht doch. Meine Güte. Sei doch nicht immer so zickig. So, gehen hier rum. Dann haben wir das. Dann können wir den Schmuck hier wegnehmen. Naja, die werden jetzt natürlich Probleme haben. Wir gucken mal ganz kurz. Okay, die fahren bis da. Stopp. Ähm. Moment. So, warte. Okay. Ja, minimal verschoben. Macht aber nichts. So, jetzt müssen wir gucken. Das ist jetzt das Problem. Okay. So, du rein. Du raus. Das passt nicht ganz von der Länge. Das sehe ich jetzt schon. Das ist schon das Scheiße. Jetzt passt es. Okay. So, damit sollte das Problem gelöst sein. Na, komm. Aha. Okay, läuft. Okay. Sehr gut. Okidoki. Damit haben wir das auch gelöst. Jetzt müssen wir hier nur noch hier gucken, dass das passt. Warte, wir nehmen das Doppelsignal. Machen ein Mix draus. Setzen unsere Weiche. Wir sind bei 20 Minuten, Leute. So, bäm. Jetzt ist wieder unser Doppelsignal. Passt. Oh, raus. Das ist okay. Raus. Raus. Okay. Okay. So. Mix-Signal. Da wir da ja nicht raus wollen, passt das. Entschuldigt, Leute. Ja, Loyalität der Bürger gering. Ich weiß. Ihr seid die Helden. Das passt leider nicht. Ich würde das so gerne spiegeln. Ich würde das so gerne spiegeln, aber das ist nicht machbar. Müsse ich dir den ganzen Weg weg? Ach, komm. Blöder Perfektionismus. Blöder Perfektionismus, sag ich nur. So. So. So, jetzt aber. Passt. Okay. 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 Also, Plan ist, dass wir die Leute dann hier ranholen. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie wir die auf die Schiene bringen wollen, geschweige denn, dass wir die irgendwie Strom herkriegen. Aber gut, das ist jetzt das kleinere Problem. Ah, Leute, wie das dann weitergeht, das seht ihr im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen hinterlassen. Däumchen. Und bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen hinterlassen. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen hinterlassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017